Warte mal sowieso, kann man doch nicht irgendwie hoch so? Das steckt jetzt hier fest, glaube ich, das Floß. So, hier sind noch Sandbänke, aber da geht auch nichts weiter. Also, wir müssen es zu zweit auf Reset an. Wir müssen es definitiv zu zweit auf diesem Boot schaffen. Wollen wir nochmal Reset machen, das Level? Gleich. Gleich. Oder Pause erstmal für heute. Gleich. Warte mal, kann man doch nicht hochlaufen? So steil. Das war einfach mit der Reiberleiter. Ich könnte ihn noch weiter bewegen können, wenn ich den schon bewegt habe. Hat er sich denn bewegt? Ja. Ah ja, guck. Jetzt komm da! Auf mich, auf mich, auf mich. Boah. Warte. Aber der wird ja sicherlich nicht schwimmen, sondern untergehen, ne? Ja, aber vielleicht können wir damit zumindest, äh... Raufklütt. Nein. Ach, da hinten rauf. Das ist möglich. Also, von hier sieht es aus, als geht das, aber die Frage ist, ob es weiter geht dann. Ja! Freiheit. Warte, ich komme mal von der anderen Seite. Ja, von hier geht es weiter. Seid ihr da an nem Strand? Hallo, ich seh euch. Ja, genau, hier lang. Da. Hallo. Guck, ich zeig dir, wo wir sind. Jawoll! Ach, Mann! Guck mal, das Boot. Mit dem wir vorhin gefahren sind, oder Schiff, das steht hier schon wieder. Kann ich jetzt vielleicht meine Hand geben? Ich komme ja noch nicht mal auf den Stein drauf. So, jetzt hast du's. Ja, hör zu. Ja, ohne dass einer den Stein festhält, ist es schwierig, hier hochzukommen. Dann nehme ich ihn weg. Kannst du dieses Metallteil da vorlegen? So drunter klemmen? Oh, lol, man kommt hier wirklich komplett bis zu dir rüber. Ja, ja. Man kommt hier wirklich komplett bis zu dir rüber. Boah, wir tun ganz schön die Finger weh jetzt. Die ganzen Armen hier mit dem Controller gespielt. Gar nicht gewohnt so die gekrümmte Haltung. Oder es fahren einfach zwei hoch zum Checkpoint. Können wir auch machen. Ja, aber wäre ja wieder doof, wenn wir jetzt hier so kurz vorm Ziel sind und alle hochkommen. Wenn das geht mit diesem Metall. Ina, versuch mal jetzt. Sieht echt aus, als ob die besoffen wären. Du darfst jetzt nur nicht die Sumsi einklemmen. Ich bin oben. In Vitali ist das. Geht nicht. Wenn du sich so hoch ziehst, musst du dann oben loslassen. Dann nimmt er den Schwung mit nach vorne. Ich lach euch aus da unten. Ja, Vitali, du drehst das Ding aber auch. Ich fände über. So. 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 Oh ne, oder? Guck mal, guck mal. Da ist eine Matratze. Ja, da können wir dann runterschwimmen, wenn ich den Staunamm aufgemacht hab. Alle auf die Matratze. Wobei, ich versuche mal den Weg hier. Oh mein Gott, okay. Sonsi kommst du auch? Ah ne, hier kommt das Wasser. Nein. Ja, ich hab's schon auch gemacht. Oh, Mensch. Jetzt dreht sich das Rad hier. Blauch. Irgendwie jetzt da rüber. Oh mein Gott. Okay, das wird ja mal richtig beknackt. Ich hab von oben schon gesehen, wo wir hin müssen. Da wollte ich eigentlich hinlaufen. Was schafft ihr es jetzt noch hier rauf, wenn ich hier mal wegkomme? Ich springe mich einfach von hier drauf. Nice. Oh, die Matratze, die Farbe. Batsch. Nein. 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 Tschüss Matratze. Ich halte mich einfach unten drunter fest. Ich auch. Ich schaff das nicht. Lass dich nicht anhalten. Lass dich anhalten. Lass dich anhalten. Lass dich anhalten. Da muss ich mich festhalten anscheinend. Ich denke, der plant das schon in den nächsten Lachen. Wir wollen hier einfach nur schwimmen. Nein. Aua. Nein. Das ist unfair. Hallo, Danger. Hi. Jetzt dreht's das Ding auf. Oh, das ist richtig beknackt gemacht. Wir kommen ja auch nicht mehr zurück da oben hin, ne? Jetzt dreht sich's nicht mehr. Warum dreht sich's nicht mehr? Ah, jetzt. Ich hab's gebremst. Ich bin stärker als so ein Wasserstrom. Hä? Da hinten war ein wenig. Hängt ihr euch da dran? Ja. Ich hänge drin. Ich glaub, da darf nur einer dranhängen. Lass mal los. Ich hänge nämlich hier genau an der Außenbahn, wo man hängen muss. Im Außenstück. Weil wir müssen auf diesen Turm. Da oben ist der letzte Schalter irgendwie, glaub ich. Aber jetzt dreht sich's schon wieder nicht. Ja, ihr hängt ja euch auch alle dran. Ja. Ich hänge nicht dran. Ich schiebe an. Ah. Fuck. Genau so muss ich jetzt kommen. Nein. Ja, da kann man doch gar nicht hin. Doch, wenn man dann springt, denk ich. Oder wir müssen wieder hochkommen. Ja, da kommt man nicht hin. Ja, da oben ist so ein Steg, ne? Da oben drauf auf dem, bei dem Hebel. Ja. Wie bist du da hingekommen? Ja. Ja. Und jetzt, was passiert da? Keine Ahnung, ich treff den Hebel nicht. Dreht sich das Rad gerade wieder nicht? Doch, jetzt dreht sich's wieder. Nein, es dreht sich rückwärts. Ja, ja. Wo betätige ich denn den Hebel? Wie du auch dich festhältst. Komm, Vitti, ich will nach oben. Letztes Mal schreit es so stark. Weck ich. Andersrum ist wie lustiger. Hast du das schon betätigt jetzt? Nein, ich bricht halt nicht hin. Ach, der geht auch gar nicht. Doch. Da unten ist was aufgegangen. Oh, ich bin unten. Jetzt wieder zu. Ne, das könnt ihr nicht sehen von da. Das heißt, wir können jetzt von diesem Sprungbrett da rein springen anscheinend. Geh mal weg, bitte. Ja, ja, ich geh mal zurück. Das ist das Ende. Ah, Spumbe. Oh, au. Oh, klatsch. Hä? Oh nein. Ich wollte den Sprung auch noch machen. Ich war nicht mal da oben. Ne, ist nicht das Ende. Oder? Level war das zu Ende doch. Ach, das Level, ja. Was passiert, wenn ich da reingehe? Ach so, das geht gar nicht. Ja, ich weiß, was wir machen müssen. Bei mir ist ein Deck. Rein. Strom. Ja, der hinkern. Mal umpolen, damit er sich andersrum dreht. Ja. Ist so. Mach den roten jetzt hier drüben rein. Ah. Ja. Und jetzt geht der Luftzug nämlich nach draußen und wir können da durch. Wee.